Spürbar anders. Eine Region, ein Verein, eine Leidenschaft. Wir leben dich. Wir Linien aus Tradition anders und echte Liebe. Es gibt keine Branche, die so stark Emotionen transportiert. Es gibt keine Branche, die die Emotionen so stark bündelt. Aber spürbar, wie spürbar ist die Marke in Ihrem Unternehmen? Leidenschaft. Wie leidenschaftlich transportieren die Mitarbeiter ihre Marke? Leben. Wie leben die Mitarbeiter ihre Marke? Tradition. Gibt es Traditionen, die auch in harten Zeiten die Mitarbeiter veranlassen, zusammenzuhalten? Und echte Liebe. Wie stark ist die Liebe zur Marke von ihren Mitarbeitern? Es gibt drei Wörter. Können, wollen und wissen. Wissen Ihre Mitarbeiter über Ihren Markenkern Bescheid? Können die Mitarbeiter dieses Wissen transportieren? Und wollen die Mitarbeiter überhaupt ihre Marke transportieren? Können sie sich damit identifizieren? Mein Name ist Jochen van Rekum. Ich bin Dozent der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement. Ich werde am 7. Oktober die Aufgaben, die Grundsätze und die Werkzeuge interner Markenführung präsentieren. Ich würde mich freuen, wenn Sie an diesem Tag teilnehmen. Bis dann. Ich bin Dozent der Deutschen Hochschule. Dann bleibe ichzona. Vielen Dank.